Okay, da seid ihr ja endlich. Am besten ihr hängt den Scheißkerl an einen Fleischerhaken. Hast du gehört, Frankie? Ich hab noch andere Rechnungen laufen. Ihr drei kommt mit! Na los! Hängt ihn an den Haken! Ja, los! Der Schütze im neuen Arsch! Komm, John, kommt! Mach ihn fertig! Weißt du, Richie ist ein böser Junge. Meine Freunde können ihn nicht leiden und deine Freunde können ihn nicht leiden. Verstanden? Du hängst bei den falschen Leuten rum. Ach, Scheiße. Ja, jetzt bist du fertig. Das würde ich nicht machen. Warum willst du mich umlegen? Hey, was machst du denn gegen mich, Alterchen? Ich bin doch ein netter Mensch. Mama!